Mit Rotwein verbinden die meisten ein tolles Essen, ein gemütliches Ambiente mit Kaminfeuer oder einen romantischen Urlaub in Frankreich. Rotwein ist einfach Genuss. Hier haben wir einen ganz exzellenten Tropfen. Ein Blick in die Seele der Ahr. Unser 2011er Qualitätswein trocken aus dem Weingutweiler Hof. Ein Spätburgunder aus der Lage Ahrweiler Daubhaus. Ein frischer, kerniger, überaus fruchtbetonter und traumhaft harmonischer Rotwein. Er ist elegant, vollmundig und mit einem fruchtig-samtigen Bouquet. Wie bei allen unseren Weinen setzen wir auf eine natürliche Vergärung ohne Einsatz von Gärhilfen. Das lässt jedem unserer Weine den Raum, seinen eigenen Charakter zu entwickeln. Ich persönlich gönne mir gerne ein Glas am gemütlichen Abend als Begleitung zu einem guten Buch. Was gibt es Schöneres zur Entspannung? Gerne auch mit einer schönen Käseplatte. Dank des Naturkorkens sind der Entwicklung des Weines auch in der Flasche keine Grenzen gesetzt. Ein feiner Alltagstropfen von hohem Niveau. Dieser charmante und duftige Burgunder, der reife Bärenarom offenbart, schmeckt zu jedem rustikalen Gericht und auch zu jedem Tatort auf ARD. Ob mit oder ohne Essen, kann er Ihnen ein guter Partner sein. Sehr zum Wohl!